Change the picture. Warum sich Zürich in der Umweltarena engagiert. Klimaveränderungen, Gletscherschmelze, heftige Unwetter. Das erleben wir immer häufiger. Für Zürich sind die Auseinandersetzungen mit diesen Entwicklungen und der Klimaschutz zentrale Anliegen. Denn die Absicherung aktueller und künftiger Risiken ist und bleibt unser Kerngeschäft. Hier stehen wir als Versicherer in der Verantwortung. 2011 waren die Schäden durch Naturkatastrophen weltweit dreimal so hoch wie im Schnitt der letzten zehn Jahre. Auch in der Schweiz. Überschwemmungen, Hagelzüge, heftige Stürme und Moorgänge. Diesen Problemen müssen wir uns stellen. Immer mehr extreme Naturereignisse verursachen immer mehr menschliches Leid. Und auch die global vernetzte Wirtschaft muss sich mit der Zunahme der Extremereignisse beschäftigen. Ein Beispiel. 2011 unterbrachen in Thailand infolge des heftigen Monsuns Überschwemmungen die Lieferkette für Computerzubehör. Und kurz darauf gab es in Schweizer Fachgeschäften kaum noch Speichermedien zu kaufen. Hier in der Umweltarena thematisiert Zürich die Folgen der Klimaerwärmung. Denn dieser Realität müssen sich alle stellen. Gesellschaft, Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen. Change the Picture. Engagieren Sie sich mit uns. Dr. Daniel Tafeln. Vielen Dank.